Hi, Andrzej hier für tabletblog.de. Wir sind gerade am Stand von Arcos und wie bereits angekündigt haben die Franzosen hier zwei neue Schallpads vorgestellt. Ein 8 Zoll Schallpad und ein 10,1 Zoll Schallpad. Wir haben hier drin ein Rockshift Dual-Core Prozessor, 1 GB Arbeitsspeicher und jeweils 8 GB Flashspeicher. Die Auflösung ist bei beiden ziemlich gleich. Wir haben bei dem 10 Zoll Modell eine Auflösung von 1024 x 600 Pixel und bei dem 8 Zoll Modell eine Auflösung von 1024 x 768 Pixel. Man könnte sagen wie beim iPad Mini, allerdings ist das Display beim iPad Mini deutlich besser. Wir sehen, dass die Blickwinkel nicht ganz so gut sind. Es scheint auch kein richtiges IPS-Display zu sein. Hier drauf läuft Envoid Jellybean. Gehe ich mal von aus, aber wir schauen mal ganz schnell in die Einstellungen. Dazu wird es sicherlich wieder einiges an Software geben, wie beim ersten Schallpad, die eben für Kinder dann optimiert ist. Und wir sehen hier Envoid 4.1.1 Jellybean. Das gleiche dürfte dann auch bei dem 10 Zoll Modell der Fall sein. Gehen wir mal ganz schnell um das ARCOS 80 Schallpad herum. Wir haben hier das besagte 8 Zoll Display, eine Frontkamera. An dieser Seite haben wir dann einen Powerbutton. Daneben gibt es den Anschluss für das Netzteil, einen HDMI-Ausgang, Micro USB-Anschluss, Micro SD-Kartenslot und der Kopfhörer ein oder Ausgang für das Headset. An der anderen Seite haben wir jeweils nichts außer so eine, das ist kein richtiges Gummi, aber so eine prägnierte Oberfläche, damit es nicht ganz so einfach aus der Hand fällt. Auf der Rückseite haben wir noch eine Kamera. Hier oben sonst weiter nichts. Ist natürlich alles aus Plastik, ist aber auch für Kinder gedacht. Wird nur 129 Euro kosten. Schauen wir uns mal das ARCOS 101 Schallpad genauer an. Das hat hier oben so einen tollen Griff. Eine Kamera. Auch hier drauf dürfte Android 4.1, Punkt 1 Jellybean laufen. Was ganz interessant ist, ist dieser MP3-Player. Das funktioniert jetzt noch nicht, aber wenn man den hier drauf legt, sollte sich eine App öffnen. Dann kann man Musik auf den MP3-Player laden und den MP3-Player dann abends mit zum Kind ins Bett legen. Dann kann es Musik hören und sitzt nicht die ganze Zeit vorm Tablet und spielt irgendwelche Spiele. Ja, 10,1 Zoll Display. Gehen wir mal hier drumherum. Wir haben hier einen Power-Button, dann eine Wippe für die Lautstärke, ein HDMI-Ausgang, Micro-USB-Anschluss, Headset-Port, Power-Anschluss, darunter ein Micro-SD-Kartenslot. Hier weiter nichts und hier auch nicht. Auf der Rückseite haben wir diesmal keine Kamera. Ist natürlich auch aus Plastik und wird 149 Euro kosten. Ist also ebenfalls recht günstig. Gut, das war das Arcos 80 und 1 und 1 Schaltbett. Ich bin Andrzej für Tabletblog.de. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich bin Andrzej für Tabletblog.